Realisieren Sie professionelle Lokalisierungen in Echtzeit, Objekt-Tracking und Alarmlösungen mit den Beacons von SNOM. Die SNOM Beacon-Lösungen unterstützen Sie bei der Lokalisierung, beim Tracking oder bei der Alarmierung. Das geschieht über DECT- und Bluetooth-Technologie. Eine Beacon-Lösung besteht aus drei Komponenten. Der SNOM-Basisstation, den Beacon-Gateways und den Tags. Die SNOM-Basisstation dient als Empfangsstation für die Signale der SNOM-Beacon-Gateways. Die SNOM-Beacon-Gateways sind kleine Satelliten-Basisstationen, die mit Bluetooth arbeiten. Sie stellen eine DECT-Datenverbindung zur Basisstation her, um Informationen zu versenden. Ein SNOM-Beacon-Gateway kann zudem auch selbst als einfacher Tag eingesetzt werden. Der SNOM-Tag sendet ein Bluetooth-Signal aus, welches vom SNOM-Beacon-Gateway empfangen wird. Der Tag wird an dem Gegenstand befestigt, der lokalisiert werden soll. Mit der SNOM-Beacon-Lösung sind unendliche Anwendungsszenarien möglich. Lokalisierung in Echtzeit. Befestigt man einen Beacon oder Tag an einem mobilen Objekt, wird dessen Bewegung und Position live erfasst. In einer Logistikhalle können so mobile Maschinen, Gerätschaften, Produkte oder Materialien lokalisiert und überwacht werden. Objekt-Tracking. Befestigt man einen Beacon oder Tag an einem beweglichen Objekt, kann neben der Position des Objektes auch dessen Zustand nach verfolgt werden. In einem Krankenhaus können so medizinische Geräte oder Inventar lokalisiert werden. Auch die Einrichtung einer Alarmfunktion samt Lokalisierung ist möglich und trägt zur Sicherheit in Notfällen von beispielsweise Patienten in Pflegeheimen und Klinikpersonal oder Einsatzkräften der Feuerwehr bei. Alarmierung. Befestigt man einen Beacon oder Tag an einem beweglichen Objekt und das Objekt verlässt oder betritt einen vordefinierten Bereich, kann ein Alarm ausgelöst werden. Somit können etwa in einem Hotel mobile Gerätschaften gesichert oder Zutrittskontrollen realisiert werden. Wie Sie sehen, Sie können etwas aus den Augen verlieren, aber mit den Lösungen von SNOM ist es ein leichtes, es wiederzufinden. Die handlichen, aber technisch ausgeklügelten Beacon-Stationen ermöglichen eine Vielzahl an neuen Funktionen, die einen Schritt weitergehen.